Was ist denn das? Verkehrsschilder und eine Ampel. Super! Packen wir alles ins Auto. Auf geht's zum Auspacken. Auf geht's. Oh, 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 oh. Leute, lasst uns zusammen die Verkehrsregel anschauen. Rotes Licht heißt Stopp. Lighting McQueen, hallo. Grünes Licht bedeutet, wir dürfen fahren. Achtung, Fußgängerweg. Wir müssen die Fußgänger vorbeilassen. Zeichen einer Vorfahrtsstraße. Wir dürfen fahren. Zeichen von Halt. Vorfahrt gewähren. Die Hauptstraße hat Vorrang. Hier müssen wir nach rechts. Stopp, Schild. Hier müssen wir anhalten und Vorfahrt gewähren. Danach können wir weiterfahren. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.